Und jetzt brauchen wir noch irgendeine Farbe für... Ne, nicht. Ups. Das, äh... Ne. Ne, bitte nicht. Rote. Ach du Gott. Das geht ja... Haben wir hier nicht irgendwie so ein... Das ist doch ein Muster. Ein Muster für die Scheiben. Das ist jetzt eine Aufgabe. Ein Muster für die Scheiben. Hier, sowas hochglänzendes. Und da haben sie wenigstens mal ordentliche Farben. Da kann man jetzt mal... Nach was soll's. So, jetzt machen wir noch ein... Fort... 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 M... T... Weil ich da niemandem was klauen will. Sag ich einfach nur den... Dings und dann... Jut. Okay. Und wir fliegen mit einem... Auto durch die Gegend. Wir fliegen mit einem Auto durch die Gegend. Okay, das finde ich jetzt gerade mal klasse. Das ist einfach ein Auto. Mit einem... Ein Auto. Also, ich finde es klasse. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so groß ist wie mein... Letztes Auto... Aber... Äh... Mein letztes Fluggerät... Aber es ist eben... Ich hab noch gar keine Begleiter dabei, wie ich das jetzt selbst... Ähm... Ähm... Sagen, ich will's haben oder ich will's nicht haben. Und ich sag die ganze Zeit, ich will's nicht haben. Aber mir ist lieber, wenn die Stadt nicht ballert. Weil... Wenn ich noch nichts gesagt hab, dann ballert die Stadt auch nicht. So, jetzt ist aber Schluss hier. Also, wenn jetzt ein Schluss ist, dann... Weiß ich auch nicht. Was haben wir hier noch? Ach, zwischendurch ist noch ein Tool aufgetaucht. Sehr schick. Ach, warte, da war doch noch was mit einem... Rothimmel. Sehr schön. Warum auch immer jetzt ein roter Himmel, aber... Am Ende gestalte ich meine Planeten auch nochmal neu. Das wird sicher interessant. Ha. Die sind stark. Vor allem, wenn die zu zweit sind. Jetzt stelle ich mir eben die Frage, wie sieht's aus mit den Waffen? Sind die immer noch genauso stark wie vorher, weil ich keine Waffen an meinem Auto habe? Oder wie sieht's aus? Und da bin ich immer so ein bisschen am Zweifeln, ob das irgendwie... noch miteinander zu tun hat. Und deswegen... hab ich mir gerade überlegt, was werd ich mir da noch ein paar Waffen dran? Irgendwie so unbemerkt unter dem Boden oder so. Einfach nur, damit ich sicher bin, dass da wirklich noch... die Kraft dahinter steckt, die ich sonst hab. Ich sag ja nicht, dass es nicht so ist, aber... Moment. Ich wollte schon das Ding noch behalten. Was hatte ich eigentlich vorher noch? Oh Gott. Oh. Ja, das war... Ja, das war... Mein erster kläglicher Versuch. Man könnte natürlich auch... hier was nehmen. Weil die haben sich... Weil der Kerl, der die entwickelt hat, hat sich da teilweise echt Gedanken drüber gemacht. Und hat er hier so... Ich weiß nicht, wie er die Farben hingekriegt hat, aber das ist klasse. Oder hier so ein... So einer. Ich weiß auch nicht. Ich bleib bei meinen. Und dann bastel ich dem unten dran noch so ein paar Highlights. Würden jetzt die Mode-Verrückten oder sowas sagen. Ne, Doppelraketen sind zu viel. Dann kann ich... Bastel ich lieber noch ein paar von denen dran. Kürzer, dünner. Am besten in einer Reihe noch. Upsala. Das war jetzt keine Absicht. Ich frag mich, was da so komische Geräusche macht. Hm. Ich hab echt keine Ahnung, was da so Geräusche macht. Noch eine Rakete nach hinten wäre vielleicht nicht schlecht. Stimmt schon. Und dann vielleicht doch noch was von einem Raum... Ne. Raumschiff nicht. Von der Luftfahrt eventuell noch. Hier sowas wie die Jet-Düsen. Da ich dann ein Doppelauspuffsystem hab, glaubt mir dann auch keiner mehr. Aber jetzt ist es so, dass ich ein Doppelauspuffsystem habe und vielleicht mach ich mir noch ein paar Rücklichter dran. Oh, ich mach einen auf Polizei. Genau. Das ist es doch. Äh, ich bin die Polizei. Und was haben wir hier nochmal? Die sind so orange. Wer hat die orange gefärbt? Was ist das denn für leere Fenster? Ach, was soll's. So, jetzt nochmal zum Farben, damit mein Alarmlichter oben nicht orange ist. Äh. Das macht's nicht besser. Hm. Das macht's einfach nicht besser. Das kommt wenigstens mal an einem Weiß dran. Ach komm, ist ja wurscht. Ist ja eh egal. Gut, jetzt hab ich noch ein bisschen Boost reingelegt und ein bisschen Waffenpower. Ich hoffe mal, jetzt bin ich zufrieden. Ansonsten muss ich das Ganze nochmal probieren. Ähm. Hm, 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 hm. Weiter die Grünen fertig machen. Das sieht... Oh, Rot. Rot, Rot ist gut. Rot ist richtig gut. Oh, und da liegt auch noch was drauf. Sehr schick. Sehr schick. Wenn ich dann jetzt noch... Das mit den Kreisen nervt, gerade ein bisschen. Muss ich echt sagen, dass da sich irgendwo zwischendurch ein Fehler eingeschlichen hat. Kann gut sein. Aber dass er das dann speichert, das nervt ein bisschen. Hm. Naja. Naja. Aber Spiele sind nun mal so. Dann hab ich eben jedes Mal, wenn ich ankomme, einen Kreis da liegen. Ist ja jetzt auch kein Abbruch. Tut ja auch keinem weh. Ah, da haben wir es doch schon. Warte mal. 800. Das ist doch nicht die Hälfte meines Lebens. Okay. Am Leben sieht man wohl am deutlichsten was, wie das hier beeinflusst wird. Ähm. Denn vorher hatte ich noch 2000 Leben. Irgendwas ist da wohl schief gegangen. Ach komm schon. Aha. Da ist mein Geld also. Jetzt die Frage, wo ist der andere Kram? Der ist hier. Ich muss jetzt echt ernsthaft mal zurückgehen. Oh. Der rosa Himmel. Ich muss jetzt ernsthaft mal zurückgehen. Und gucken. Gucken. Ah, Glück hab ich das überlebt. Ähm. Und gucken, wie das mit meinem Maximalleben jetzt aussieht. Weil ich... Es könnte sein, dass das echt noch Einfluss hat. Nee. Gar nicht. Glück gehabt. Sonst hätte ich mir da was zusammengebastelt. Mit möglichst viel Leben und möglichst viel... Man sieht sogar das Blinken auf dem Dach. Das ist cool. Ähm. Ähm. Bapapapam. Noch ein wenig von dem... Grünen Reich entfernen. Damit ich da ein bisschen Luft habe. Ah, okay. Da ist Wasser. Sehr schön. Schön, dass ich das jetzt weiß. Ähm. Nee. Oh, Schotschritt. Das kann immer... Das ist immer gut. Und ich habe die Plakette für... Eroberer Plakette 4. Krieg ich dafür nix? Schade. Ich dachte, dafür würde ich was bekommen. Naja, das nächste Mal. Das nächste Mal dann. 26.000. Ist doch mal nett. Dass die mir so viel Geld da lassen. Ach komm, schieß weiter auf mich. Das ist mir eh egal. Ah, nein, 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 nein. Ich muss ja da nochmal da rein. Ach, wenigstens lassen sie mich jetzt in Ruhe, weil ihr System da nicht mehr ist. He, he. Ähm. Macht die geheimnisvollen Crocs aus, finde ich. Naja. Werde ich dann ja wohl mal machen müssen. Also, da haben wir ein Tour. Schoko-Sahne. Was? Schoko-Sahne-Meer? Ah, ist das hell. Autsch. Ey. Mach mal nicht so hell. Müll. Okay. Sieht einfach nur aus wie ein mehr oder weniger runder Pool. Naja. Gut, dann sehe ich doch jetzt mal nach meinem System. Bevor die da dann doch irgendwas kaputt machen. Das müssen ja... Ah, jetzt haben wir ja die Grünen als Gegner. Ah, das ist schon Müll. Ja, da kann es schon mal vorkommen, dass hier irgendwie genau die Grünen sind dabei. Da sollte ich meine Drohne dann doch nicht ganz alleine lassen. Auch wenn sie gut ist, die kann auch kaputt gehen. Und da haben wir noch einen, der kaputt ist. Sehr schön. Meiner Drohne scheint es noch gut zu gehen. Die hat auf jeden Fall noch kein Schutzschild eingebüßt. Ähm. In die Richtung ist noch was. Interessanterweise bin ich besser als meine Drohne unterwegs. Oder schneller. Besser gesagt. War's das schon? Ach nee, meine Drohne kümmert sich um den letzten da. Und ich gucke dann noch mal, dass hier alles geregelt abläuft. Dass ich mein Geld bekomme unter anderem. Schon blöd, so viel Geld mitzunehmen bei einem Überfall. Hä? Sind wir noch nicht fertig? Ach, die jagen sich noch. Jetzt sind wir fertig. Sehr schön. Nichts passiert. Sehr gut. Ähm. Nee, die verkaufe ich wann anders. So. Ich würde ja gerne Medaillen verteilen an die Drohne. Aber. Nun ja. Das hat wohl eins, zwei Kanonen dahin gerafft. Ja. Ja. Zwei um genau zu sein. Ähm. Naja. Gut. Das war ja jetzt nicht so kritisch hier. Ähm. Trotzdem würde ich dann gerne die 20 mitnehmen. Ähm. Ja, ich lasse mich ja schon reparieren. Jetzt gehen wir ja nicht auf den Keks mit einem dauernden Gepiepe. Ich kann hier auch mal zurückpiepen. Gefällt dir sicher auch nicht. So. Lagerraum ist voll. Ist mir schon klar. Ähm. Haben wir irgendwie neue Sachen dazu bekommen? Sieht nicht danach aus. Und dann würde ich doch mal sagen. Steuere ich irgendwie mal so per Zufall ein paar. Schick, dass ich hier gerade vorbeigekommen bin. Handeln. Da. 40.000. Und gleich mal 44 rausgehauen. Ich habe 10 Millionen und bin offiziell Geldsack 5. Nein. Goldesel 5. Was mir rein gar nichts bringt. Außer, äh. Abgesehen vielleicht von ein paar Punkten oder sowas. Ähm. Doch hochbeam. Ich würde gerne diesen blauen Kreis wegkriegen. Aber. Ich habe keine Munition mehr. Um das zu machen. Muss ja irgendwie sowas wie eine Stadt sein. So groß wie das Ding ist. Hm. Nun ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt genug Kohle, um mich zur Ruhe zu setzen. Theoretisch. Praktisch muss ich natürlich noch weiter schoffen. Da ist meine Heimat. Ah, okay. Da hinten sind die Bösen. Mal sehen, was kommt. Das ist ja auch ein T0. Hm. Das wird ja langweilig hier. Lauter den Nullplaneten. Ähm. Wo haben wir denn da? Haben wir doch die Stadt. Da können wir doch mal im Tiefflug ein paar von meinen patentierten Okay. Dann doch lieber Bomben. Ich weiß auch nicht. Jupp. Lieber Bomben. Das ist...